Die Geschäftswelt von heute ist rasanten Änderungen unterworfen. Die Wirtschaftszyklen werden immer kürzer, die Sicht nach vorne ist unklar und die Geschäfte sind globaler denn je. Wenn wir die strategischen Roadmaps unserer Kunden betrachten, geht es eigentlich bei allen um vier Punkte. Wie können Sie kontinuierlich Ihre Produkte und Dienstleistungen verbessern, also etwas Neues liefern? Wie können Sie schneller als der Mitbewerber neue Produkte auf den Markt bringen und Qualität und Zuverlässigkeit verbessern? Und wie können Sie die Produktivität erhöhen und damit die Gesamtbetriebskosten senken? Bossart ist eine marktorientierte Organisation. Unsere Strategien, unsere täglichen Aktionen und unser Denken richten sich ganz nach den wahren Problemen unserer Kunden. Das Hauptziel aller unserer Aktivitäten ist, unsere Kunden wettbewerbsfähiger zu machen. Und daher suchen wir ständig nach Methoden, um unseren Kunden zu helfen, ihre eigene Produktivität zu verbessern. Mit unseren Produktlösungen, unserem Anwendungsengineering und unseren Logistiksystemen. Wir sorgen dafür, dass diese Lösungen nicht nur ein Bonus sind, sondern tatsächlich nachhaltige und messbare Ergebnisse liefern, die letztlich sicherstellen, dass unsere Kunden konkurrenzfähiger werden. Mit anderen Worten, wir stehen für die Verbesserung der Produktivität. Angenommen, Sie sind Kunde von Bossart und benutzen für Ihre Produktmontage eines unserer Verbindungselemente, zum Beispiel eine Schraube. Rund 15% der Gesamtkosten des Verbindungselements stammen aus dem Preis, den Sie mir dafür bezahlen. Die restlichen 85% machen Beschaffung, Qualitätskontrolle und logistische Verwaltung des Verbindungselements aus, bis es sich schliesslich in Ihrem Produkt befindet. Und genau hier liegt unser Fokus. Wir versuchen, die versteckten Kosten, also die besagten 85% zu senken. Wenn uns das gelingt, können Sie sicher sein, dass Sie wettbewerbsfähiger werden. Wenn wir die übrigen 15% um 10 oder 20% senken, werden Sie damit nicht mehr Produkte verkaufen. Unser Ansatz ist, jeden Prozess genau zu analysieren, von der Entwicklung über Prototyping, Beschaffung, Lagerverwaltung bis hin zur endgültigen Montage. Dadurch decken wir verborgene Potenziale für Sie auf, damit Sie Ihre Kosten senken und Ihre Produktivität verbessern können. Durch diesen Prozess machen wir Sie konkurrenzfähiger. Das ist es, was wir unter Proven Productivity verstehen. Das ist die DNA von Bossart. Daran glauben wir. Diesem Grundsatz sind alle unsere Mitarbeiter verpflichtet. Und danach richtet sich unser Denken und unser tägliches Handeln. Das ist das eigentliche Wertversprechen an unsere Kunden. Ich bitte alle unsere Mitarbeiter darum, weiter an der Verbesserung der Produktivität zu arbeiten, denn das ist das Erfolgsgeheimnis für die Zukunft. Für uns, wie auch für unsere Kunden. Und unseren geschätzten Kunden, die ihre Produktivität verbessern wollen, möchte ich sagen, wir bei Bossart freuen uns, Sie kennenzulernen. Und unten auf und unten auf und unten auf und unten auf und unten auf, um in deiner, vallösen, in der sich damit verpasst. S.T. Untertitelung. BR 2018